moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es weiter mit der pfeifen reihe und zwar habe ich heute nen spike script für euch und was wir als polizisten als item auch im inventar haben können und platzieren können sowie entfernen können so sieht das ganze dann auch aus das png müsst ihr euch selber ziehen und alles andere ist natürlich dabei das heißt wir können das hier einfach so platzieren das ganze funktioniert für spieler und kai wenn wir auch gleich sehen so jetzt zeige ich euch das noch mal dass auch bei spielern funktioniert gut dann würde ich sagen kommen wir auch direkt zur installation einfach runterladen und einmal auspacken link ist wie immer unten in der video beschreibung wenn wir das gute stück herunter geladen haben dann haben wir diese zip datei und diese müssen wir einmal auspacken dann haben wir diesen ordner hier und diese ordner ziehen wir natürlich in den resource ordner einfach hier reinziehen dann kopieren wir uns hier einmal den namen und gehen in die server cfg oder in die extra cfg je nachdem und müssen das ganze hier nur noch starten speichern und schließen wenn wir das gemacht haben dann müssen wir natürlich auch noch einmal in das box inventar in hier auf data und brauchen die item tabelle dazu gehen wir dann hier einmal rein und haben das gute stück dann hier unten beziehungsweise müssen wir noch hinzufügen das heißt wir gehen in die readme und diese findet ihr auch im script ordner das heißt hier einmal öffnen und hier ist das gute stück dann könnt ihr das ganze hier raus kopieren und in die item tabelle eintragen so wie ich das hier auch gemacht habe jetzt müsst ihr nur noch den server neu starten und ihr habt das script erfolgreich installiert gut leute falls euch das video soweit gefallen haben sollte dann lasst doch wie immer einen daumen nach oben da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut da rein und ciao ciao